Ich heisse Sonja Kumschik und komme von Wawil. Weil ich 23 Jahre den Kostüm verlegt habe und jetzt habe ich eigentlich vom Alter her genug. Es geht so darum und daran, dass die Leute sich verkleiden und vom Alltag weggehen können. Am Anfang hatte ich Mühe, aber mit der Zeit muss man einfach den Schritt wagen und Schluss machen mit dem, was einem zu fest anhängt.